hallo und herzlich willkommen weiter geht es mit dragons so heute haben wir ein paar aufjamm hier vor uns und zwar wir müssen natürlich 150.000 fisch mit einem wahnsinnigen zipper und 150.000 fisch mit einer schnappenden falle sammeln da habe ich schon mal angefangen also ich habe hier jetzt die schnappende falle schon am start da würde ich sagen werden wir den wahnsinnigen zipper erst mal noch platzieren auf berg können wir gleich mal gucken wo wir den haben den wahnsinnigen zipper na gibt es nur alle alles klar tefumerang donner trommler rumpelhorn wahnsinniger zipper so dann platzieren wir den natürlich auch gleich den schmeißen wir dann hier oben hin jetzt müssen wir natürlich ein paar drachen nehmen die fisch sammeln die erst mal pausieren das ist sinnvoll dann nehmen wir den erst mal den leuchtenden fluch und dann müssen wir uns ja noch einen suchen dann würde ich sagen lassen wir den gruff erstmal zu hause was sagt ihr würde ich sagen so machen wir das wie viel sammeln ja machen wir das so dann kann der erstmal hier ein bisschen fisch sammeln und dann werden wir auf jeden fall die nächste aufjahre auch bald erledigt haben von daher passte so der kann hier los dann haben wir hier natürlich auch noch ein bisschen was finde mit einem mit drachen für 23 tage ok das haben wir erledigt fisch haben wir holz brauchen wir auf jeden fall da könnten wir gleich nochmal ruf klickern und gucken klar verschenken wir zwar material aber darauf ist geschissen ich will die aufjahre aber erledigt haben material ist eh voll von daher können sie wieder sammeln damit können wir leben cool jetzt haben wir die aufjahre erledigt geile sache 50 rum haben wir erst mal bekommen so muss es sein was haben wir dann für eine aufjahre sammeln 100.000 fische ein sammeln 100 alter watt heftig heftig da müssen wir jetzt erstmal gut sammeln das dauert auf jeden fall eine ganze weile unser ohne zahn ist auch zurück wie ihr seht es natürlich auch sehr sehr von vorteil weil das ding ist wir haben hier in unserer sammlung für den grünen tod fehlen uns natürlich nicht mehr so viele gegenstände um genau zu sein einer und zwar dieser axt cool wäre wenn wir die irgendwie bekommen würden wir gleich mal abchecken was da so geht ich bin gespannt was bringt unser ohne zahn uns mit geile sache richtig hammer jetzt können wir den grünen tod klar machen versperrt mich gewarnt der flug seiner schauer drachen sind wenigstens können eier nicht von einem weglaufen einsammeln ok alter richtig geil das haben wir jetzt ja besitze ein wasserturm auf berg das haben wir so jetzt sammeln wir auch natürlich auch gleich ein wer das fischbecken auf level 16 auf haben wir auch erledigt das läuft auf jeden fall besitze sechs drachen auf 52 haben wir auch man ich habe so viele missionen vorher nicht gemacht weil so viel bis immer ein bisschen was gefehlt hat das ist natürlich richtig bitter besitze sechs drachen haben wir auch alter aufjahmen über aufjahmen besitze haben wir auch richtig geil jetzt räumen wir richtig ruhen ab hohoho richtig krass ihr könnt ja mal gucken wie viel ruhen wir vorher hatten und wie viel wir jetzt haben ich glaube ein bisschen über 2000 hatte ich suche zwei mal ein feuerwurm auf der feuerwurm und suche mal zwei ein flutsegler ok wissen wir bescheid also wir brauchen flutsegler und ein feuerwurm müssen wir suchen so der ohne zahn hat auf jeden fall gut action gemacht da würde ich sagen werden wir dann gleich mal unseren grünen tod entfesseln das machen wir aber gleich wie gesagt jetzt werden wir hier erstmal wieder was suchen und zwar ein feuerwurm oder ein flutsegler würde ich einfach vorschlagen gehen wir einfach mal hier auf und checken einfach mal die lage flutsegler 18 stunden ist eigentlich gar nicht so verkehrt feuerwurm wie lange braucht der flutsegler hat den jetzt nicht gesehen flutsegler ach hier ist er ich habe nicht darauf geachtet schade gut dann würde ich sagen wir haben wir den flutsegler erstmal suchen für 18 stunden unser ohne zahn ist erstmal wieder on tour so dann würde ich sagen sammeln wir hier erstmal unser mysterium paket ein gucken ob wir da heute einen drachen bei haben ich glaube nicht ich hatte wie gesagt noch nie ich weiß ja nicht ob ihr das hattet wenn ja schreibt das mal in die kommentare würde mich auf jeden fall interessieren habt ihr eventuell schon mal so ein paket gekauft so eine andere da gibt es ja doch ein paar verschiedene also selten paket oder premium paket manchmal sind sie runter gesetzt von daher würde ich es ja noch mal wissen schreibt das mal in die kommentare und natürlich will ich wissen was ihr hier schon für drachen abgesahnt habt wenn ihr das nur wisst wäre das auf jeden fall richtig genial so das haben wir erledigt jetzt kommen wir zu unserem grünen tot würde ich sagen tauschen wir gleich mal ein erstmal mache ich hier nochmal ein screenshot von und dann tauschen wir die ganze Angelegenheit hier erstmal ein ich bin gespannt mal erstmal ein paar Screenshots so geile sache sammle deine belohnung ein haben wir gleich alles klar wissen wir bescheid was ist jetzt hier los geben wir gleich mal ruf da der grüne tot vielleicht wird niemand den gigantischen vulkan ausbruch und den entsetzten großen drachen bemerken habt ihr diese explosion gesehen leute der häuptling ist fort und die insel explodiert super alles klar gut okay so begib dich viermal mit dem grünen tot auf die suche alles klar wissen wir bescheid können wir gleich mal machen checken wir gleich mal ab was hier so geht auftrieb was ist auftrieb hier können wir erstmal ruf gehen minus 50% eine stunde aha anfeuer jetzt können wir gleich mal auf suche machen ich weiß ja gar nicht was wir suchen bin ich gespannt gucken was wir bekommen so dann haben wir hier den grünen tot erstmal am start richtig geil jetzt können wir natürlich den immerflügler bekommen und das coole daran ist die gegenstände die wir vorher schon hatten die sind auf jeden fall noch hier drin von daher passt das richtig gut richtig geile sache die schnappende falle können wir auch bekommen ein brutaler alles klar mit dem können wir die brutalen jetzt bekommen jetzt sehe ich erstmal durch was hier geht jetzt können wir die gegenstände mit unserem grünen tot suchen das natürlich richtig cool macht also das finde ich auf jeden fall richtig lässig ich hoffe natürlich dass wir da was hinkriegen ich weiß ja nicht wer von euch hat die schnappende falle schon als brutalen drachen am start schreibt das mal in den kommentaren so also ich finde es auf jeden fall cool wie es das gemacht haben hier haben wir noch den kampfknochenräuber da müssen wir natürlich noch ein paar gegenstände sammeln aber so weit sieht es erstmal richtig nice aus also den haben wir am start das nächste was wir brauchen ist der immerflügler da brauchen wir natürlich auch gegenstände ohne ende ich weiß ja nicht wer von euch hat den schon schreibt das mal in den kommentaren würde mich auf jeden fall richtig interessieren wer von euch den schon hat wie gesagt wenn ihr Bock drauf habt schreibt das mal in den kommentaren dass ich eine peilung habe so dann können wir hier auch freischalten da haben wir und wenn wir den immerflügler haben dann können wir natürlich hier den nächsten freischalten das haut natürlich richtig hin so alles klar das haben wir erledigt von daher haut das erstmal hin ihr habt auf jeden fall wieder überblick was hier geht der grüne tot ist am start ich dachte natürlich dass wir den als anderen drachen haben dass wir den hier mit drin haben vielleicht kommt das noch wenn wir dann irgendwann alle gegenstände gesucht haben ich weiß es nicht keine ahnung keine peilung so wen haben wir auf hier pimpt da können wir natürlich auch noch mal kurz drin gucken da haben wir hier unseren leuchtenden fluch unseren kampf leuchtenden fluch sagen wir so den schicken wir gleich nochmal für neun stunden 14 minuten zum training würde ich sagen und dann sind wir auch erstmal durch in der akademie ist auf jeden fall wieder jubballett da sind auf jeden fall drei drachen drin glaube ich können wir gleich mal gucken aber gerade lädt es hier und ich weiß nicht was hier los ist müssen wir uns kurz gedulden checken wir auf jeden fall hier nochmal die lage ey hör auf verbindung unterbrochen verbinde dich neu alles klar gut dann gucken wir nicht mehr nach werden wir dann im nächsten let's play einfach mal abchecken ich wünsche euch was bis dann ganz schön tschö